Oh, so ne Scheiße. Aftding an Scheiße da. Nicht Raketenwerfer? Ah, die Klappe. So, Alf. Die Folge beginnt. Ich würd' sagen, Hallöchen und herzlich Willkommen! Willkommen, Budding! Ist das die Map? Jo, das ist die Map! Haha, die Fluch-Map! Hoffentlich bringt sie mir Glück, die letzten zwei Mal hab' ich hier voll abgelöst gegen dich. Ist das dein Ernst? Jaja, das ist voll mein Ernst. Ich mag die Map. Aber Spaß wurde ernst. Ernst ist jetzt ein kleiner Stricher. Och. Ja, das glaubte doch eh wieder keiner. Jetzt bin ich tot. Mann! Wo ist er denn da hinten schon wieder? Der kleine Stricher. Quickscope. Mach den Weg frei, Wurp! Oh, oh, oh. Halbtot bin ich. Was ist der Halbtot? Alfie. Ich weiß, wo du bist. Oder auch nicht. Ich weiß, wie du bist. Nein. Oh crap! Ja, ich weiß, wie du es in die Zeit anstellt. Oder was? Oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Der Junge fängt schon wieder an zu knuspern. Knusper, knusper, knäuschen. Oh, ich höre Annäherungsminchen. Alf, du bist ja. Und, Selbstmord? Ja. Da schieß ich gegen den Pfeiler, ne? Das ist nicht zu glauben. Ich sag's einfach auch noch so. Und, Selbstmord, ich höre die ersten Granaten. Zack, zack, boom. Ja, wenn das Ding zurückkommt. Ehrlich. Weiß, ich kill mich immer selbst, ey. Alfred, jetzt raste mal aus. Raste doch schon aus in den letzten Folgen. Ne, noch mehr. Noch mehr, noch mehr, noch mehr. Ich fahr zum Schiff rüber, da hab ich immer gewonnen, wenn ich das gemacht hab. Ach nee, mach nicht. Warum nicht? Hör auf. Alf pushen, lass es sein. Da fährt er wirklich mit dem Schiff. Ja. Ey, das ist so ein... Alter. Wo geht er denn da hin? Alter. Steh. Alter. Da krieg ich Aggressionen bei dem Typen, ne? Schiff. Ach. Yup. Schiff. Hilfe! Ein verrückter Strich ernährt sich. Nein! Nein! Aber Runde Gewinner. Ey, du bist noch drauf gegangen. Durch meine Annäherungspiel. Kotz, ey. Ich hasse das gerade. Nicht mein Tag heute. Ich hab schon zu viel gezockt deswegen. Ich bin einfach überspielt, weißt du. Ich werde jetzt wieder nur noch Raketenwerfer nehmen. Ach, nö. Ach, nö. Das schockt einfach nicht. Ich hab versucht, nur für dich, weißt du, ohne Raketenwerfer. Ja, komm, mach mal. Na, kommen sie. Kommen sie mal. Kommen sie, Minion. Zack, boom. Den hab ich nicht getroffen. 19 Dollar. Jawohl, es geht. So, dann schauen wir mal, wo sich der Stricher befindet. Was macht er denn hier? Okay, das heißt, ich mach einfach mal Trick 17. Trick 17? Hm, Trick 17. Das ist ein Sniper der. Ich hab dich getroffen, einmal. Aber einmal reicht nicht, diese Scheiße. Das hat eben geleckt bei mir. Ach, Mann. Ich glaub, ich weiß, wo du bist. Ich weiß es nicht genau. Oh, oh, oh. 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 Oh, oh. Oh, oh. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020